Hallo, hier ist wieder Torbjörn von Vermögenlernen mit einem Update zur Hornbach, die letzten Mittwoch ihre Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023-2024 veröffentlicht hat. Das Geschäftsjahr bei Hornbach ist nicht das Kalenderjahr, sondern es beginnt jeweils am 1. März. Am Anfang, wie bekannt immer der Disclaimer, dies ist keine Anlageberatung, ich kann Fehler gemacht haben, ich bin selber Aktionär der Hornbach. Auch wie du Geld so anlegst, dass es sich für dich gut anfühlt, weil es dein Risikoprofil trifft. Das weißt am Ende nur du selber und dementsprechend solltest auch nur du diese Entscheidung treffen. Nimm dies als eine von möglichst vielen Informationsgrundlagen. Hier einmal noch wieder der Blick auf unsere Internetseite. Wenn du Interesse hast, laufende Informationen zu bekommen zu den Aktien, die wir beobachten, also welche es sind, findest du hier unter Aktien. Dann gehe hier auf mein VL, mein Abo und dann kannst du entweder täglich oder wöchentlich eintragen, selbige Informationen zu bekommen. Geht natürlich auch beides. Wenn du diskutieren möchtest, bevor du investierst oder mitkriegen möchtest, was andere so für spannende Anlageideen und auch Anlagestrategien haben und verfolgen, dann komm gerne in unsere WhatsApp-Gruppe. Dann musst du nur diesen QR-Code hier scannen, den findest du auch hier unter Community nochmal. Aktienanalyse nach dem Konzept von Vermögenlernen in drei Teilen, wobei die Säule 1 immer das Geschäftsmodell ist. Aber genau das machen wir jetzt hier nicht, weil wir selbiges bereits gemacht haben am 21.05. Gehe gerne in das Video nebenan im Kanal und schau dir dort diesen Teil Geschäftsmodell an, sofern du es noch nicht getan hast. Wir starten hier also direkt mit dem zweiten Teil, finanzielle Solidität, auf der Basis der Zahlen zum zweiten Quartal. So, und damit man die Zahlen besser sieht, verschwinde ich wieder aus dem Bild. Wenn wir die Hornbach in ihrer Entwicklung verfolgen wollen, dann gibt es ein paar Kennzahlen, die wir uns auf jeden Fall anschauen müssen. Das eine davon ist die Entwicklung der Anzahl der Bau- und Gartenmärkte. Da haben wir hier die Zahl zum Ende des letzten Geschäftsjahres, also Ende Februar. Und hier haben wir dann die Zahlen jeweils zum Ende des Halbjahres. Also das ist die aktuellste Zahl. Wenn wir dann einmal gucken, was hier so passiert ist in den letzten Jahren, dann hatten wir hier drei mehr, fünf mehr, vier mehr, drei mehr. Aber zwei davon noch im alten Geschäftsjahr. Nur ein neuer ist dazugekommen im laufenden Geschäftsjahr, in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres. Und das ist ein Markt gewesen in den Niederlanden. Passt ins Bild, denn wenn wir uns angucken, wo die Hornbach gewachsen ist, dann ist das auch das Ausland gewesen. Was auch wieder logisch ist, weil die Hornbach im Ausland eine höhere Marge erzielt. Wie soll es weitergehen? Es werden auch im zweiten Halbjahr keine neuen Märkte eröffnet werden, beziehungsweise kein neuer, außer diesem einen, der bereits eröffnet worden ist. Im Gegenteil, es wird ein Markt in Nürnberg aus dem Betrieb genommen, um ihn zu modernisieren und dann voraussichtlich im Jahr 2025 wieder zu eröffnen. Also wir sind nach all diesen Informationen nicht mehr in dem Modus, dass, wie kommuniziert von Hornbach in der Vergangenheit, also noch in der jüngeren Vergangenheit, man möchte 20 neue Märkte in den nächsten fünf Jahren eröffnen. Oder wie es sogar kommuniziert wurde, vor zwei Hauptversammlungen, man möchte fünf neue Märkte pro Jahr eröffnen. Dazu passt auch die Aussage der CFO von DOM auf der Analystenkonferenz, die gesagt hat, wir erwarten sinkende Preise für Immobilien. Und das in den nächsten zwölf bis 18 Monaten und warten erst mal ab, um dann entsprechend vielleicht jetzt schon gedieste Märkte oder halt neue Projekte dann halt später günstiger einzukaufen. Ja, passt ganz gut, diese Entwicklung, wenn man so will, weil meine These ist, aus dem, wie ich die Zahlen verstehe, ist, dass sich der strategische Fokus im kurz- und mittelfristigen Bereich zumindest, also nicht im langfristigen, aber im kurz- und mittelfristigen Bereich der Geschäftsführung von Hornbach gewandelt hat. Und zwar weg von einer Wachstumsstrategie, also vier Märkte neu in jedem Jahr, hin zu einer Strategie zur Reduzierung der Verschuldung. Dazu muss man jetzt auch noch wissen, dass der aktuelle Zinssatz, den man bezahlt für das Fremdkapital, das man aufgenommen hat, momentan noch bei unter drei Prozent liegt. Dieser Zinssatz wird sich natürlich in den nächsten Jahren hineinfressen in die Bilanz und die Finanzierung entsprechend verteuern. Also wird wahrscheinlich einer der Gründe sein, dass man vielleicht im Moment ganz froh ist, jetzt nicht in die weitere Expansion zu investieren, sondern sich erstmal um das Thema Verschuldung zu kümmern. Zweiter wichtiger Punkt bei der Analyse der Hornbach ist die Online-Quote, also wie viel Prozent des Geschäftes wird online getätigt. Da haben wir über die Corona-Zeit einen starken Anstieg gesehen, der jetzt aber wieder zurückgeht auf jetzt 13,2 Prozent. Immer noch höher als vor der Corona-Zeit, aber halt geringer als in der Corona-Zeit. Diese Zahl ist deshalb so wichtig, weil dieser Umsatz gemacht werden kann ohne Filialkosten. Das ist also sehr wertvoller Umsatz, sehr ertragreicher Umsatz, gerade weil die Online-Bestellungen im Schnitt dreimal so groß sind wie die normalen Einkäufe. Also diese Zahl müssen wir weiter beobachten. Sie ist vom Ende des letzten Geschäftsjahres auch wieder ein kleines Stück weit zurückgegangen. Schlägt auf die Ertragslage dieser Rückgang. Der dritte Komplex, den wir uns unbedingt anschauen müssen, wenn wir Hornbach in der Entwicklung verstehen wollen, ist die Entwicklung der Handelsspanne bzw. einzelner Kostenquoten. Hier in der Darstellung der jeweils zweiten Quartale der letzten fünf Jahre und hier in der Darstellung der letzten halben Jahre. Dann sehen wir, fangen wir mit der Handelsspanne an. Was ist das nochmal? Das ist einfach Verkaufspreis minus Einkaufspreis der Ware in Relation zum Verkaufspreis. Also was ist unsere Marge alleine aus der Ware, aus dem Wareneilung und Verkauf? Dann sehen wir, die Marge ist in der Halbjahresbetrachtung von 36 Prozent. Hier ist sie noch relativ konstant gewesen, aber in der inflationären Zeit ist sie zurückgegangen bis auf 33,3 Prozent. Im Durchschnitt des letzten Jahres war sie 33,4 Prozent. Und wenn wir uns das Ganze jetzt aktuell angucken, also nur die zweiten Quartale, dann sehen wir, dass die Zahl auf 33,0 Prozent sogar runtergegangen ist und einen neuen Tiefpunkt gefunden hat. Was passiert hier? Die Hornbach betreibt eine Dauer-Tiefpreis-Strategie, bedeutet, sie möchte immer der günstigste Anbieter sein. Sie möchte die Preise konstant halten, um für Projektkunden interessant zu sein. Auf der anderen Seite hatten wir dann insbesondere hier in 22, aber jetzt auch in 23, haben wir inflationäre Tendenzen gesehen. Auf der Einkaufspreis-Seite die eigenen Verkaufspreise hat man aber versuchsmöglich konstant zu halten oder nur langsam anzuheben. Das geht natürlich auf die Handelsspanne und in der Summe führt dies zu einer Ertragsminderung im zweistelligen Millionenbereich. Was sind die Effekte, die wir jetzt in 23 mal sehen? Wir sehen rückläufige Einkaufspreise und auch Logistikpreise, aber das muss sich erstmal reinarbeiten. Das muss alles verarbeitet werden, das muss sich reinarbeiten. Wir sehen auch den Ausbau des Eigenmarkengeschäfts. Momentan beträgt der Anteil hier 24 Prozent. Ziel ist, auf 30 Prozent hochzugehen. Im Eigenmarkengeschäft hat man eine höhere Marge, als wenn man halt Markenprodukte verkauft. Zum Vergleich, Kingfisher liegt hier bei über 40 Prozent. Also da scheint auf jeden Fall noch Luft nach oben zu bestehen. Ende des zweiten Quartals scheint dieser Effekt der Reduzierung jetzt sein Ende gefunden zu haben oder seinen Tiefpunkt gefunden zu haben. Also in der Kommunikation, die wir in den letzten Quartalen hatten, hätte ich erwartet, dass wir jetzt schon einen Anstieg der Handelsmarge sehen. Aber Aussage ist, Ende des zweiten Quartals hat sich sozusagen jetzt so reingearbeitet, dass wir jetzt für die Zukunft wieder einen Anstieg erwarten können. Also wenn jetzt nicht irgendwelche wilden Preiskrämpfe mit der Konkurrenz ausbrechen. Sodass Frau Dohm in der Analystenkonferenz ausführte, sie erwartet für das gesamte Geschäftsjahr 2023-2024 wieder einen Anstieg über den Vorjahreswert von 33,4 Prozent. Also das wäre eine sehr positive Entwicklung, beziehungsweise jetzt dieser Rückgang, wie wir ihn jetzt gesehen haben, erklärt, warum die Ertragslage schlechter ist als in den Vorjahren. Der zweite Effekt, den wir uns angucken müssen, wesentlich ist, das sind die Filialkosten. Die sehen wir dann hier. Also alles Personal, Energie, alles was man so braucht, um einen Baumarkt zu betreiben. Da sehen wir, dass selbige angestiegen sind, jetzt im aktuellen Halbjahr, im aktuellen Quartal. Hintergrund dafür ist zum einen, dass wir steigende Personalkosten haben. Wir haben auch steigende Werbekosten gesehen und zwar einen Anstieg um 16 Prozent der Werbekosten, um die Ware, die wir im ersten Quartal nicht haben verkaufen können, jetzt im zweiten Quartal zu verkaufen und die Liquidität entsprechend zu generieren, die Vorratsbestände zurückzuführen. Auf der anderen Seite haben wir eine Reduktion der Betriebskosten gesehen, insbesondere die Energie ist günstiger geworden. Aber, und das ist der wesentliche Effekt, wir haben jetzt im zweiten Quartal, und das ist etwas, das wir sonst im letzten Jahr nur im vierten Quartal gesehen haben, wir haben eine außerordentliche Abschreibung in Höhe von 20 Millionen, insbesondere auf den Immobilienbestand, ob er jetzt genießt ist oder selber gehalten, aber halt auch auf Software gesehen. So, und das führt dann halt zu einem entsprechenden Anstieg hier. Also, der Zinsanstieg der EZB oder der allgemeine Zinsanstieg hat dazu geführt, dass eine außerplanmäßige Analyse vorgenommen worden ist auf die Wertheitigkeit der Baumärkte. Und bei sechs Baumärkten ist man jetzt zum Ergebnis gekommen, sie sind halt um 20 Millionen in ihrer Wertheitigkeit zu reduzieren, beziehungsweise halt auch noch mit Software dabei. Das ist insoweit überraschend, wie gesagt, weil normalerweise wird diese Analyse immer nur zum vierten Quartal vorgenommen. Aber wir hatten halt einen Indikator, nämlich die steigenden Zinsen, die dafür sprachen, dass hier gegebenenfalls Abschreibungsbedarf besteht. Und entsprechend hat man diese Analyse vorgenommen. Verwaltungskosten, hier sind wir im kleineren Bereich unterwegs, aber wir sehen auch hier einen Anstieg. Und das kommt im Wesentlichen aus dem aktuellen IT-Umstellungsprojekt Richtung SAP HANA. Allgemein lässt sich noch zur Entwicklung im ersten halben Jahr des aktuellen Geschäftsjahres sagen, dass wir im Frühling eine nasskalte Zeit hatten. Die Kunden sind im März, aber auch im April deutlich weniger in die Baumärkte gekommen, weil es einfach ungemütlich war. Und man bei dem Wetter halt auch nicht pflanzen gehen wollte. Danach hat sich die Kundenfrequenz wieder deutlich erhöht. Allerdings, was wir feststellen können im Vergleich zum letzten Jahr, ist, dass die Ticketgröße zurückgegangen ist. Heißt, die Leute kommen in die Baumärkte, aber sie kaufen weniger ein. Passt ja auch zur aktuellen konjunkturellen Entwicklung. Was wir auch noch sehen, ist von der allgemeinen Entwicklung her, dass Hausbauprojekte rückgängig sind. Während hiergegen weiterhin eine hohe Priorität in Richtung in Sachen Renovierung besteht. Apropos Renovierung. Um das Potenzial aus dem Bereich Renovierung einmal aufzuzeigen, hat Hornbach jetzt diese Grafik einmal erstellt. Also hier haben wir die europäischen Länder, in denen man aktiv ist. Und hier die Gebäude nach Jahrgang der Fertigstellung. So und da kann man, wenn es in den anderen europäischen Ländern so ist wie in Deutschland, das wird wohl so sein, dann gilt die Regel, alles was bis Ende der 70er gebaut worden ist, ist auf jeden Fall schon mal energetisch renovierungsbedürftig. Das wird in den 80er Jahren ein Stück weit besser, in den 90er Jahren auch. Aber eigentlich ist man so richtig gut erst unterwegs, wenn man ein Haus aus den 2000ern oder danach halt erwirbt. Hornbach rechnet selber hier jetzt für unter der Überschrift Klimaneutralität aus dem Wohnen für Europa mit einem jährlichen Investitionsbedarf von ungefähr 250 Milliarden Euro. Und dann kommt noch das Thema altersgerechtes Wohnen hinzu. In Deutschland beträgt der Anteil der Wohnungen, die altersgerecht gebaut sind, zurzeit nur 2%. So mit diesem Vorwissen jetzt wieder Einstieg in die Bilanz. Wir haben hier die Bilanz zum Geschäftsjahresende, also Ende Februar. Und hier haben wir jetzt die aktuelle Bilanz. Gehen wir einmal durch, dann sehen wir schon mal, die Bilanzsumme ist zurückgegangen, wobei sie im langfristigen Bereich bei den Aktivaren noch relativ konstant ist. Hier können wir sehen, Sachenlagen sind ein bisschen gestiegen, Leasingobjekte, Nutzungsrechte sind gefallen. Bedeutet der Neumarkt in den Niederlanden? Den hat man scheinbar gekauft und nicht geleast. Wo es wirklich anfängt spannend zu werden, ist bei den kurzfristigen Vermögenswerten. Hier sehen wir einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Geschäftsjahresende und auch im Vergleich zum ersten Quartal. Und das kommt daher, dass es doch gelungen ist, die Vorräte deutlich zu reduzieren. Also was haben wir hier? Knapp 200 Millionen Reduktionen der Vorräte und das war auch notwendig. Denn Ende des ersten Quartals waren die Vorräte viel zu hoch. Also ist es gelungen, die Vorräte abzukaufen, abzuverkaufen. Ja, vielleicht ist die Notwendigkeit, die Vorräte abzuverkaufen, auch ein Treiber gewesen, dass man jetzt die Handelsspanne nicht unbedingt erhöhen konnte im zweiten Quartal. Auf jeden Fall aber eine positive Entwicklung, denn das war die hohen Vorräte Ende des ersten Quartals. Das war etwas, was mir Sorgen gemacht hat. Jetzt liegt man zumindest mal auch unter dem Niveau des Vorjahres, wobei wir den Anstieg der Preise dann halt sehr wohl auch hier im Vorratsbestand erkennen können. Wechseln wir auf die Passivseite, dann sehen wir, das Eigenkapital ist weiter gestiegen. Der Gewinn wird ja in den ersten zwei Quartalen gemacht, allerdings wird im zweiten Quartal halt auch die Dividende gezahlt. In der Summe ist das Eigenkapital gestiegen. Spannend wird es hier, wenn wir uns die kurzfristige Verschuldung angucken. Genau um die geht es ja. Die langfristige ist relativ gleich geblieben. Die kurzfristige Verschuldung ist deutlich reduziert worden, also um über 300 Millionen. Insbesondere wurde ja schon nach dem ersten Quartal das Reverse Factoring Programm, das wir Ende des vierten Quartals des Vorjahres hatten, zurückgeführt. Genau darum ging es. Also Abverkauf der Vorräte, Generierung von Geld und dieses Geldnutzen, um die kurzfristige hochgelaufene Verschuldung wieder zurückzuführen. Wir liegen immer noch über dem Niveau des Vorjahres, aber wir liegen deutlich unter dem Wert des vierten und des ersten Quartals. In der Summe dann ist die Eigenkapitalquote entsprechend gestiegen auf 44,1 Prozent. Liegt damit über dem Niveau des Vorjahres, aber so ungefähr auf dem Niveau der Jahre davor. Deutlich über dem Geschäftsjahresende, aber hier müssen wir aufpassen, denn die Quote schwankt saisonal. Im vierten Quartal werden die Vorräte voll gemacht, um dann halt im ersten und zweiten Quartal abzuverkaufen. Also wir können diese beiden Quoten nicht miteinander vergleichen, aber hier sehen wir schon, Eigenkapitalquote ist gestiegen. Die Refinanzierung der langfristigen Aktiva, was ja im Wesentlichen die Immobilien sind, erfolgt weiterhin fristenkonkurrent. So und dann, ja Abbauvorräte haben wir gesehen. Warum ist die Eigenkapitalquote gestiegen? Ja, sie ist deshalb gestiegen, weil wir nur einen neuen Markt eröffnet haben. Also das haben wir ja hier gesehen, die langfristigen Vermögenswerte sind, Sachanlagen, Nutzungsrechte, Leasingobjekte sind relativ konstant geblieben. Sie wären sonst gestiegen und die Gegenposition wäre dann bei den Schulden gewesen, bei den langfristigen Schulden. Ja, und auf weitere Markteröffnungen hat man ja verzichtet und wird es auch im zweiten Halbjahr verzichten und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nur selektiv vornehmen, meine These. Und daraus resultiert dann ein entsprechender Anstieg der Eigenkapitalquote. Zweiter wesentlicher Blick auf die Bilanz ist die Ermittlung der sogenannten dynamischen Verschuldung. Wie funktioniert das Ganze? Wir ziehen alle unsere Finanzschulden zusammen, ziehen davon die Cashposition ab, haben dann Nettofinanzschulden. Diese setzen wir in Relation zum EBITDA der letzten zwölf Monate und kommen zu einem Multiplikator. Je geringer der Multiplikator ist, umso besser. Dabei müssen wir uns, wenn wir uns diese Zahlen aber angucken, vergegenwärtigen, dass Hornbach hier zum Ende des letzten Geschäftsjahres 250 Millionen sich refinanziert hat über ein Reverse Factoring Programm und dieses Programm dem operativen Bereich zugeordnet hat und gerade nicht den Finanzschulden. Heißt, materiell wäre diese Zahl 250 Millionen höher gewesen und wenn man es dann durchrechnet, wäre der Faktor 3,2 gewesen. Wäre noch deutlich weiter zurückgegangen von 3,2, ist ja nur von 3,2 auf 3,1 zurückgegangen. Das liegt halt daran, dass das EBITDA um diese 50 Millionen gefallen ist. Macht auch Sinn, ein entsprechender Rückgang, weil im vierten Quartal bevorratet man sich ja mit der Ware, die man im ersten und zweiten Quartal verkaufen will. Wichtig, diese Entwicklung, insbesondere weil an der dynamischen Verschuldung hängt zum Teil auch das Rating des Unternehmens. Das erkennt man zum Beispiel bei Kingfisher. Kingfisher hat momentan einen entsprechenden Multiplikator von 1,6 und möchte auch nie über 2 gehen, um ein Investment Grade Rating sicher zu erhalten. Hornbach strebt kein Investment Grade Rating an, aber immerhin ein BB+, also leicht unter Investment Grade Rating. Je nachdem, wo dieser Faktor ist, hat es auch einen Einfluss auf das Rating und das Rating hat wiederum Einfluss auf den Zinssatz, den wir gegenüber unseren Banken bezahlen müssen. Also, gerade wenn die Zinsen steigen und das EBITDA ein Stück weit fällt, leite ich ab, wenn man das Rating entsprechend aufrechterhalten will und damit halt auch die Finanzierungskosten trotz steigender Zinsen einigermaßen stabil halten will. Dann spricht auch viel dafür, die entsprechenden Finanzschulden zurückzuführen. Warten wir mal das vierte Quartal diesen Jahres ab, ob wir wieder Reverse Factoring Programme sehen werden. Jetzt der Blick in die G&V, aber nur schnell, weil das meiste haben wir schon besprochen. Wir sehen im ersten halben Jahr einen Rückgang des Umsatzes um 0,6 Prozent auf 3,4 Milliarden, wobei wir im Ausland noch einen Umsatzanstieg gesehen haben, in Deutschland hingegen einen Umsatzrückgang. Die Kosten der Handelsware sind auch gefallen, aber unterproportional gefallen. Entsprechend ist der Ruhrertrag um 1,7 Prozent gefallen. Das ist genau der Rückgang der Handelsspanne, den wir schon besprochen haben. Hier bei den Fialkosten, dem Anstieg um 4,7 Prozent, da verstecken sich dann unsere 20 Millionen außerordentliche Abschreibungen auf Immobilien und auf die Software. Kommen wir zu einem EBIT von 202 Millionen, Rückgang um 27 Prozent. Das Ganze in der bereinigten Betrachtung, also ohne die außerplanmäßigen Abschreibungen, kommen wir zu einem Rückgang von 20 Prozent. Dann kommen wir zu einem Konzernergebnis am Ende von 134 Millionen, von dem dann an die Mehrheitsgesellschaft, also auf uns 125 Millionen entfallen. Das ist dann insgesamt ein Rückgang von 31 Prozent. Wichtig auch nochmal Blick auf die EBIT-Marge. Wir sind jetzt bei einer EBIT-Marge von knapp 6 Prozent. Das liegt unterhalb der EBIT-Marge von vor Corona. Zwischendurch in der Corona-Zeit war sie halt sehr hoch gelaufen. Und dieser Effekt kommt genau von der zurückgehenden Handelsspanne. Also wie wichtig die Handelsspanne ist, das erkennen wir letztlich hier am Konzernergebnis, denn diese Schwankung hier, die kommt in ihrem Kern ganz wesentlich aus der Handelsspanne heraus. Letzte Information, die wir hier nochmal sehen, Voröffnungskosten sind gering. An absoluten Zahlen finden wir sie hier. Vorher haben wir sie Voröffnungskosten da. Heißt, auch aus diesen Zahlen heraus können wir jetzt weiterhin vermuten, dass wir nicht mit großen neuen Markteröffnungen in nächster Zeit zu rechnen haben. Hier nochmal die Zahlen rein für das zweite Quartal. Haltet euch das Video gerne an, um einmal einzusteigen. Das Einzige, was ich jetzt hier nochmal zeigen würde, ist der Umsatz. Selbiger ist im zweiten Quartal um 1,1 Prozent wieder gestiegen. Ja, sicherlich auch aus dem Abverkauf des Vorratsvermögens, das wir Ende Q1 noch auf den Büchern hatten. Um den Blick nach vorne zu schärfen, hier einmal noch die Aufteilung des bereinigten EBITs über die Quartale. Also in Magenta haben wir die ersten Quartale, dann hier die zweiten Quartale und das ist das jeweils dritte Quartal. Und hier haben wir die jeweils vierten Quartale. Drittes und viertes steht jetzt ja noch aus in diesem Geschäftsjahr. Aber Botschaft ist, da kommt nicht mehr viel. Also das wird sich ja im Wesentlichen hier netten, hat es in der Vergangenheit auch getan. Vielleicht wird ein kleiner positiver EBIT-Beitrag noch herausspringen. Aber im Wesentlichen sind wir jetzt nach zwei Quartalen durch mit dem Jahresergebnis. Abschließend der Blick auf das Cashflow-Statement. Wir fangen wieder an mit dem Cashflows operativer Geschäftstätigkeit. Plus 123 Millionen, deutlich geringer als in den Jahren davor. Das kommt daher, dass wir bezüglich unseres Working Capital zwar Zuflüsse aus dem Abverkauf der Vorräte hatten, aber weil wir das Reverse-Factoring-Programm ja gerade der operativen Geschäftstätigkeit zugeordnet hatten und sehr wie es zurückgezahlt wurde im ersten Quartal, haben wir halt hier eine Belastung von 250 Millionen drin. Wenn es dem Finanzbereich zugeordnet worden wäre, dann würden wir es in dieser Darstellung gar nicht sehen. Sodass wir dann weitermachen mit dem Cashflows Investitionstätigkeit, liegt auf Vorjahrsniveau. Müssen wir aber auch aufpassen, denn da kann Hornbach jetzt nichts dafür. Die Accounting-Vorgaben sagen, wenn ich eine Investition über einen Leasingvertrag tätige, dann ist ja praktisch kein Cash geflossen und dann darf ich es ja auch im Cashflow-Statement nicht zeigen. Heißt, wenn wir wirklich sehen wollen, was die Investitionen von Hornbach waren, dann müssen wir uns angucken, in wie viele neue Märkte investiert worden sind. Das ist unabhängig davon, ob sie jetzt selbst gekauft worden sind oder geleased worden sind. Abschließend dann Dividendenzahlung, 41 Millionen im zweiten Quartal, kommen wir zu einem negativen freien Cashflow nach Dividendenausschüttung von 36 Millionen. Negativ im Wesentlichen, weil wir halt diesen Effekt 250 Millionen aus der Rückzahlung des Reverse-Factoring-Programms zu verarbeiten hatten in den Zahlen. Nächster Punkt, Prognose der Geschäftsleitung und Dividende. Umsatz, fangen wir damit an, auf Vorjahresniveau, also ungefähr 6,3 Milliarden. Bezüglich des Ergebnisses, Adjusted EBIT, also das bereinigte EBIT, geht die Geschäftsleitung jetzt von einem Rückgang von 10 bis 25 Prozent aus. Im ersten Halbjahr lagen wir jetzt bei minus 20 Prozent des bereinigten EBITs. Vorher, bis Mitte September, war die Geschäftsleitung noch davon ausgegangen, vielleicht sogar das bereinigte EBIT des Vorjahres halten zu können, aber hatte ein Rückschlagspotenzial von 5 Prozent bis 15 Prozent nicht ausgeschlossen. Da hatte man noch unterstellt, dass man den ausgefallenen Umsatz des nasskalten Märzes und Aprils vielleicht noch aufholen könnte. Von dieser Vorstellung hat man sich inzwischen verabschiedet. Investitionen, dritter Punkt, da müssen wir wieder aufpassen. Hier wird CapEx, also Kapitalauszahlung für Investitionen, auf Vorjahresniveau ausgeführt. Aber die Auszahlungen beziehen sich ja nur auf die Immobilien, die wir selber kaufen. Da sind die Gemieteten nicht drin. Also mit dieser Aussage können wir nichts anfangen. Hier geht es, wenn wir die Investitionen, die materiellen Investitionen beurteilen wollen, dann müssen wir uns die Anzahl der neuen Märkte angucken. Und selbige geht im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück. Das ist ja genau das Thema. Weniger Wachstum, mehr Entschuldung. Meine These. Wechseln wir zur Dividende, dann ist es die Dividendenpolitik von Hornbach, ungefähr 30 Prozent des Ergebnisses auszuschütten, aber mindestens auf Vorjahresniveau. Wir haben im ersten Halbjahr ein Ergebnis gemacht von 7,83 Euro, Rückgang von 11,37 Euro. Aber hier sind ja auch schon diese 20 Millionen außerplanmäßigen Abschreibungen drin, die wir im Vorjahr erst im vierten Quartal gesehen haben. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass von der Ergebnisseite nicht mehr viel passiert, landen wir hier irgendwo zwischen 7 und 8 Euro. Dann bewegen wir uns auch ungefähr in dem Bereich von 2,40 Euro Ausschüttung Dividende, gleich ungefähr 30 Prozent. Also ich gehe davon aus, dass wir im aktuellen Geschäftsjahr auch weiterhin 2,40 Euro Dividende sehen werden. Mein persönliches Zwischenergebnis zum Thema finanzielle Solidität der Hornbach auf der Basis der Zahlen zum zweiten Quartal 23,24. Fangen wir an mit der Bilanz. Erinnern wir uns, das Geschäftsmodell von Hornbach ist sehr kapitalintensiv. Also wir wachsen im Wesentlichen durch neue Märkte, wenn es uns nicht gelingt, den Online-Anteil auszuweiten. Also das ist halt gerade deshalb spannend, den Online-Anteil auszuweiten, weil wir dann halt ein deutlich weniger kapitalintensives Wachstum hätten. Aber selbiger ist konstant bzw. geht zurück. Also Wachstum erfolgt durch neue Baumärkte und selbige müssen gebaut, initiiert werden und das ist teuer. Das kostet mittlere zweistellige Millionenbeträge, um einen neuen Baumarkt ins Laufen zu bringen. Die Aktivseite ist geprägt vom selbstgenutzten Immobilienvermögen. Das ist dann entweder unter Sachanlagen oder es ist halt geleased. In den rund 60 Prozent selbst gehaltenen Immobilien sind deutliche stille Reserven zu vermuten. Das haben wir ja auch schon in den anderen Analysen, die ihr hier auf diesem Kanal findet, einmal detailliert dargestellt. Hier müssen wir uns jetzt mal nur vergegenwärtigen. Die Frau Dom, CFO, hat gesagt, wir warten noch mal ein bisschen mit den neuen Märkten, weil wir erwarten, dass die Preise für das Land und die Märkte zurückgehen wird. Ja, und das wird natürlich dann halt auch Einfluss haben auf die Höhe der stillen Reserven in unserem Immobilienbestand. Also diese Entwicklung müssen wir mal weiter beobachten. Also tendenziell sollten die stillen Reserven zurückgehen, wenn diese Aussage von Frau Dom eintreffen wird. Wir haben gesehen im zweiten Quartal einen signifikanten Abbau des Vorratsvermögens im Vergleich zum ersten Quartal. Das ist eine gute Entwicklung. Die Eigenkapitalquote ist dementsprechend auf 44,1 Prozent angestiegen. Nochmal zur Erinnerung, die Eigenkapitalquote schwankt saisonal, aber sie ist halt auch angestiegen gegenüber dem Vorjahr. Insofern eine positive Entwicklung. Sie ist auch deshalb angestiegen, die Eigenkapitalquote, weil wir halt weniger gewachsen sind. Also nur einen neuen Markt eröffnet haben im ersten halben Jahr und im zweiten werden wir auch keinen neuen Markt eröffnen. Die Finanzierung unseres Immobilienvermögens erfolgt fristenkonkurrent. Wechseln wir zur GNV und zum Cashflow, so sehen wir bei der Hornbach ein selbstfinanziertes organisches Wachstum. Also ein organisches Wachstum habe ich zumindest in den letzten zehn Jahren nicht mitbekommen. Jedenfalls nicht, was die Bau- und Gartenmärkte angeht. Die Wachstumsgeschwindigkeit, also über die Eröffnung neuer Märkte, ist letztlich abhängig vom operativen Cashflow. So und meine These ist, dass wir jetzt, wo die Zinsen ansteigen und die dynamische Verschuldungsquote auch allein deshalb ein Stück weit ansteigen wird, weil die Ertragslage, nämlich das EBITDA, ein Stück weit zurückgehen wird. Meine These ist, dass wir den operativen Cashflow der Zukunft im Wesentlichen sehen werden, genutzt für eine Reduzierung der Verschuldung und dann halt auch dem Kauf von bisher geliebten Märkten im Vergleich zu einer Neueröffnung. Der Kauf eines bisher geliebten Marktes würde die Verschuldung ja nicht weiter nach oben treiben. So kommen wir zu einem Gesamtergebnis, zu meinem Gesamtergebnis. Insgesamt gehe ich trotz der zurückgegangenen, zurückgekommenen Ertragslage, also 20 Prozent Rückgang des bereinigten EBITs, weiterhin von soliden finanziellen Verhältnissen aus. Ich gehe dabei von einer rückläufigen Wachstumsgeschwindigkeit aus, davon, das werde ich beobachten, denn bei der jetzigen Ertragslage hat man gar nicht das Potenzial, um vier, fünf Märkte pro Jahr neu zu eröffnen und die Verschuldungsquote entsprechend im Griff zu behalten. Ja, und ich gehe entsprechend auch davon aus und werde beobachten, dass halt tatsächlich eine weitere Entschuldung stattfindet, wobei jetzt im vierten Quartal, dem kommenden, dritten, aber dann halt insbesondere im vierten Quartal, muss man sich vor Augen führen, dass dort halt die Vorräte gekauft werden, die dann im nächsten Jahr verkauft werden, im Frühjahr und Sommer. Das heißt, im vierten Quartal werden wir sicherlich wieder eine gewisse ansteigende Verschuldung sehen. Aber da gehe ich davon aus, dass man das eng monitoren wird und das werde ich mir dann halt auch genau angucken. Letzter Punkt der Analyse, die Bewertung der Aktie anhand von Kennzahlen. Diese Tabelle kennt ihr bereits, die letzten zehn Jahre, anfangend mit dem Aktienkurs und dann entwickelt die entsprechende Ableitung der Kennzahlen. Dann fangen wir mal, schauen wir uns noch das letzte Jahr an. Da war der Aktienkurs bei knapp 79 Euro. Das Kursgewinnverhältnis lag bei 8. Die Dividendenrendite bei 3,1 Prozent, Ausstattungsquote 24,4 Prozent und das Kursbuchwirtverhältnis bei 0,7. Ich habe jetzt hier nicht, wie ich es noch bei Eurokai einmal reingemacht habe, einmal eine Kennzahl ergänzt, Eigenkapitalrendite geteilt durch Kursbuchwirtverhältnis. Da musste ich nämlich heute jetzt nicht lachen. Als ich das nämlich mal als Bruch aufgeschrieben habe und angefangen habe zu kürzen, habe ich festgestellt, dass das nichts anderes ist als der Kehrwert des Kursgewinnverhältnisses. Also die Kennzahl werdet ihr jetzt hier im Weiteren von mir nicht finden. So, dann haben wir noch, hatte ich noch die stillen Reserven ausgerechnet von 41 Euro pro Aktie zum Ende des letzten Geschäftsjahres. Er gab dann ein Kursbuchwirtverhältnis unter Berücksichtigung dieser stillen Reserven im Eigenkapital von 0,5. Aber jetzt aufgepasst, wie gesagt, diese stillen Reserven, die werden wir beobachten müssen. Wie sie sich dann halt entwickeln in Abhängigkeit von der Entwicklung der Immobilienpreise für Gewerbemärkte. Also ein bisschen weniger Fokus hier auf diese Kennzahl Kursbuchwirtverhältnis mit stillen Reserven. Da würde ich mal sagen, gucken wir mal in Zukunft mehr so hier hin. So, wie hat sich das weiterentwickelt? Auf den 31.08. ist der Kurs zurückgegangen auf 72,60 Euro. Das ist jetzt ungefähr auch mein persönlicher Einstiegskurs. Kann ich mal jetzt so gut merken. So, das Kursgewinnverhältnis liegt bei, nicht das Kursgewinnverhältnis, die Earnings per Share liegen bei 7,83 Euro. Das Eigenkapital pro Aktie liegt bei guten 116 Euro, wo aus sich dann auf das Ende des zweiten Quartals ein Kursbuchwirtverhältnis von 0,6 errechnet hat. Zum 1.10. ist der Kurs weitergefallen auf 60,70 Euro. Und zu diesem Kurs hat dann halt Herr Albrecht Hornbach auch für 300.000 Euro Aktien an der Hornbach Holding gekauft. Das hat er vor einem guten Jahr ungefähr schon einmal bei 67 Euro gemacht. So, und jetzt bei 60 Euro schien ihm zumindest mal attraktiv, um selber zu kaufen. Ich glaube, er hat im Durchschnitt zu 60,30 Euro gekauft. Er gibt ein Kursbuchwirtverhältnis auf diesem Niveau auf Basis des Eigenkapitals zum Ende des zweiten Quartals von 0,5. Wie gesagt, wie das Kursbuchwirtverhältnis mit den stillen Reserven, das lassen wir hier mal raus. Bei der Frage der Bewertung der Hornbach Aktie hatte ich beim letzten Mal drei Szenarien aufgemacht. So, um mal zu gucken, welche Bewertungszahlen sich ergeben, je nachdem, in welchem Szenario man landet. Das erste Szenario war, der Gewinn pro Aktie liegt auf Vorjahreshöhe. Das wären dann 9,83 Euro. Der zweite Fall wäre, Gewinn geht um 15 Prozent zurück. Und der dritte Fall wäre, Gewinn pro Aktie geht um 30 Prozent zurück. Wobei, noch mal zur Erinnerung, in diesem Szenario im ersten Gewinn pro Aktie wie Vorjahr, war im Vorjahr ja bereits gerade enthalten schon eine außerplanmäßige Abschreibung von ungefähr 25 Millionen. So, dass dieser Fall mir beim letzten Mal durchaus noch als im Bereich des Möglichen erschien. Ich glaube, da, wo wir jetzt heute stehen, mit 20 Millionen außerplanmäßigen Abschreibungen, die wir jetzt bereits im zweiten Quartal gesehen haben und einem Rückgang des bereinigten EBITs um 20 Prozent, können wir jetzt dieses Szenario wirklich ausschließen. Stellt sich dann die Frage, wo landen wir, wenn wir denn hier irgendwo landen, aber wo, welches, wo würden wir hier so landen? Beziehungsweise was ist wahrscheinlicher von diesen Szenarien? Ich würde den Fall minus 15 Prozent, also irgendwo 8,40 Euro pro Aktie noch nicht ausschließen wollen, noch nicht ganz ausschließen wollen. Wir sind ja jetzt nach zwei Quartalen schon bei 7,83 Euro angekommen und wir haben die zumindest 20 Millionen außerplanmäßige Abschreibung schon gesehen. Und es steht im Raum, dass die Handelsmarge durchaus zum Jahresende wieder ansteigen soll. Zumindestens über den Vorjahreswert von 33,4 Prozent wiegen soll. Also diesem zweiten Szenario gebe ich durchaus noch eine gewisse Chance. Am wahrscheinlichsten halte ich aber das dritte Szenario. Und zwar von dem Hintergrund, dass wir weitere konjunkturelle Eintrübung im zweiten Halbjahr zu erwarten haben und weitere außerplanmäßige Abschreibungen im vierten Quartal nicht auszuschließen sind. Warum nicht auszuschließen? Ja, einerseits wegen der weiteren konjunkturellen Eintrübung, aber andererseits auch aus dem Zinseffekt. Denn die EZB hat den Zins weiter angehoben und der Zins ist ein wesentlicher Effekt bei dieser Bewertung zur Fragestellung, ob wir außerplanmäßige Abschreibungen sehen werden. Also meine Erwartungshaltung geht in diese Richtung, sodass wir ungefähr so Pi mal Daumen bei sieben Euro pro Achse vielleicht landen werden. Abhängig dann halt, wie weit die Konjunktur weiter eintrübt und in welcher Höhe wir dann noch weitere außerplanmäßige Abschreibungen sehen werden. Dann hätten wir auf Basis des aktuellen Kurses ein Kurs-Gewinn-Verhältnis ungefähr von 9 und eine Dividendenrendite sowieso in allen Szenarien von 4%, eine Ausstellungsquote von 35%, was dafür spricht, dass wir halt auch unsere 4% Dividendenrendite erhalten und ein Kurs-Buchwirt-Verhältnis von, hatten wir ja schon ausgerechnet von 0,5, das Kurs-Buchwirt-Verhältnis mit den stillen Reserven inkludiert. Das wollen wir mal zur Kenntnis nehmen, aber Fokus dann auf dieses Kurs-Buchwirt-Verhältnis legen. So und diese Verhältnisse also im dritten, auch das dritte Szenario war für mich, zwar nicht erhofft, auch schon beim letzten Mal, aber im Bereich des Wahrscheinlichen betrachtet, war für mich damals schon akzeptabel und ist für mich halt auch heute akzeptabel. So, ich sehe das Risiko insbesondere in dem Thema Konjunktureintrübung. Ich sehe aber auch eine Chance insgesamt halt für die Bewertung der Aktie, wenn die Handelsmarge jetzt tatsächlich wieder endlich anfangen sollte zu steigen. Mein persönliches abschließendes Fazit, der ich jemand bin, der einen langfristigen Anlagehorizont hat. Ich halte die Hornbacher Aktie für mich persönlich weiterhin für attraktiv aus folgenden Gründen. Nämlich, ich meine, das Geschäftsmodell verstanden zu haben. Es ist für mich nachvollziehbar, es ist für mich auch plausibel und ich sehe es auch als zukunftsfähig an. Die finanziellen Verhältnisse sind für mich insgesamt stabil. Dabei habe ich wahrgenommen, das ist jetzt keine offizielle Kommunikation der Geschäftsleitung, aber ich habe für mich wahrgenommen und eingewürdigt, dass die Strategie des Unternehmens umgeschwenkt ist in einem kurz- und mittelfristigen Bereich. Erstmal auf eine Reduzierung der Verschuldung des Unternehmens. Aber langfristig weiterhin natürlich Strategie Richtung Wachstum durch neue Märkte und sicherlich auch durch Ausbau des Online-Anteils. Dies halte ich für richtig und wichtig und diesen Punkt werde ich halt auch für mich weiterhin beobachten, ob ich hier richtig liege. Ich sehe auch einen signifikanten Abschlag auf den Substanzwert, also Kurs-Buchwert-Verhältnis momentan von 0,5 bei einem gut akzeptablen Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches ich um und bei 9 einschätze für das Jahr 2023. Und ich sehe ein zukünftiges Ertragspotenzial aus dem Wiederanstieg der Handelsspanne, wie ich es auch schon vor drei und sechs Monaten gesehen habe. Und jetzt schauen wir mal, ob es tatsächlich eintreten wird, wie es die Frau Dohm gesagt hat. Dabei habe ich für mich berücksichtigt, dass Hornbach ein kapitalintensives Geschäftsmodell betreibt. Ich habe für mich berücksichtigt, dass sich die Finanzierungskosten langsam reinfressen werden in das Unternehmen, in die Bilanz und G&V und damit auch in den operativen Cashflow. Deshalb finde ich ja gerade dieses Thema Entschuldung so wichtig. Und wir werden entsprechend, weil man nicht alles haben kann auf dieser Welt, eine verringerte Wachstumsgeschwindigkeit sehen. Ja, und die letzte Unsicherheit, die letzte große Unsicherheit aus meiner Sicht ist halt das Thema Konsumentenverhalten in einer Phase zurückgehender konjunktureller Aussichten. Abschließend wieder technische Punkte, Autor der Analyse ich, Torbjörn Karp, Datum der Analyse 1.10.2023 und ich halte Aktien an der Hornbach Holding. Meine wesentlichen Quellen waren die Finanzberichte, also Halbjahresfinanzberichte, Geschäftsberichte der Hornbach. Sehr gut, um das Unternehmen zu verstehen, ist das Factbook, jetzt Stand, letzter Stand September 2023 und halt die Analystenpräsentation bzw. Konferenz zum zweiten Quartal 2023-2024. Das war's, unser kleines Update zu Hornbach Stand Q2 2023-2024. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du Analysen dieser Art magst, dann abonniere gerne den Kanal und schalte die Glocke ein. Sag mir gerne in den Kommentaren, was dir gefallen hat oder nicht gefallen hat. Und am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du diesen QR-Code, deshalb hier nochmal aufgedruckt, scannen würdest, um dann Teil unserer kleinen Gemeinschaft zu werden, in der wir alle möglichen Aktienprobleme miteinander wälzen und uns austauschen, bevor dann jeder seine eigene Entscheidung trifft. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen und tschüss.